Ich bin Tourist Angel, weil ich gerne Leute habe und gerne neue Leute kennenlernen, gerne reden mit Leuten. Und ich bin gerne Tourist Angel, eigentlich aus dem gleichen Grund, Sprachen, Leute kennenlernen und vor allem auch wieder mal alte Kollegen aus der Stadt zu treffen, die ich sonst nie mehr sehe. Mein coolstes Erlebnis als Tourist Angel war letztes Jahr, als ich eine Schweizer Frau getroffen habe und mit ihr angefangen habe zu sprechen. Und dann fragten sie einmal, ob sie über die Führung bekommen und dann müssen wir halt sagen, wir kommen nichts über, wir machen das gratis für einen Kaffee am Tag. Und danach hat sie das Portemonnaie aufgemacht und hat gesagt, ich gebe Ihnen hier 4 Franken, dann können Sie gleich guten Kaffee trinken. Da muss man keine Angst haben. Was wir eigentlich können können, ist auf die Leute zu gehen und wir müssen dann den Stadtplan anbieten, sagen, dass es gratis ist, sonst kehren sie sich gleich weg und laufen weiter. Also ich würde jedem sagen, er soll einfach einmal zu uns kommen und mit uns auf die Gasse gehen und dann sehen, wie wir auf die Leute zu gehen mit unseren Kenntnissen, die wir haben und dann selber mal ausprobieren und schauen, ob sie etwas in der Fall gemacht haben.